Hier sehen wir das neue Terminal. Man muss aufpassen, wenn man mit dem Taxi hier herfährt, ist es richtig teuer, weil man fährt sehr lang vom Bahnhof bis zum neuen Bruce Terminal Steinwerder. Hier gehen wir jetzt rein, wir machen die Schiffbezichtigung. Ich bin der Hubert, ich hoffe ihr habt viel Spaß mit meinen Videos. Unten auf Gefällt mir drücken und dann seht ihr auch die weiteren Videos, was ich an Bord alles gedreht habe. Bis dann!